Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr als Twitch-Moderator eine Kanalwette erstellen könnt. Außerdem gehe ich in diesem Video allgemein etwas auf dieses Mod-Tool ein, über das ihr das machen könnt. Ich hoffe, ich kann damit allen Moderatoren auf Twitch ein bisschen weiterhelfen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr als Moderator auf einem Twitch-Kanal freigeschaltet seid, dann seht ihr hier unten rechts, wenn ihr auf den Chat geht, dieses kleine Schwert. Darüber steht auch schon, wenn man darüber fährt, Mod-Ansicht und wenn ihr da einmal raufklickt, dann kommt ihr zu der sogenannten Mod-Ansicht und hier wird jetzt alles Mögliche angezeigt. Hier oben rechts sind einmal angezeigt, welche Benutzer sich zurzeit alle in dem Chat befinden und hier unten kann man außerdem Kanalaktionen ausführen, wie zum Beispiel ein Only-Abonnenten-Chat oder ein Emo-Chat, ein Follower-Chat, ein Slow-Modus-Chat und so weiter und so fort. Hier kann man außerdem blockierte Begriffe einfügen oder auch aufs Creator-Dashboard zugreifen. Außerdem haben wir hier alle Mod-Aktionen aufgeführt und zudem auch noch eine Auto-Mod-Warteschlange, also zurückgehaltene Nachrichten, die man als Moderator frei geben kann oder halt auch nicht. Hier oben links sehen wir dann einmal, wie viele Moderatoren zurzeit anwesend sind, ob der Kanal offline oder online ist, alle Flüsternachrichten, die Warteschlange für Belohnungsanfragen, also wenn jemand eine Kanal-Punkt-Idee eingelöst hat und die noch nicht bekommen hat, kann man hier sagen, ist jetzt ausgeführt worden oder auch nicht. Dann gibt es hier noch Anfragen zur Aufhebung einer Sperre, also falls jemand gebannt wurde und das jetzt aufheben möchte, kann man als Mod dort etwas aufheben, wenn man möchte und hier unten kommen wir dann auch schon zu den Vorhersagen. Wenn wir jetzt hier auf die Vorhersage klicken, können wir sagen, wir wollen die Vorhersage verwalten und können jetzt hier sagen, weil derzeit keine aktuelle Vorhersage dort ist, Vorhersage starten und können jetzt hier eine Kanalwette starten. Hier können wir jetzt entweder sagen, wir wollen eine der früheren Vorhersagen wieder aktivieren oder wir benennen die Vorhersage einfach neu, können dann hier zwei Ergebnisse eintragen, ein Einreichungszeitraum, in dem die Zuschauer ihre Kanalpunkte dafür einsetzen müssen und können dann hier sagen, Vorhersage starten. Wenn wir jetzt hier beispielsweise eine Vorhersage starten, taucht hier oben auch schon die Vorhersage auf und wir können sehen, wie viele Zuschauer, wie viele Punkte in diese Vorhersage reinstecken. Wenn diese Vorhersage beendet ist, können wir auch über diesen Button hier die Vorhersage auswerten, sprich dann auswählen, welches Ergebnis zugetroffen ist und somit die Kanalpunkte dann auch wieder ausschütten. Was ganz cool ist, ihr könnt alle möglichen Button hier immer wieder hin und her verschieben. Also wenn ihr sagt, okay, diese Vorhersagen mache ich relativ häufig, kann man das einfach gedrückt halten und hier nach unten ziehen und sagen, okay, wir können jetzt hier eine Einreichung beenden und können jetzt hier zum Beispiel das Ergebnis wählen und sagen jetzt hier, okay, das Ergebnis war ja, können die Vorhersage darüber abschließen. Ebenfalls können wir diese komplette rechte Leiste mit den aktiven Zuschauern und auch den Kanalaktionen einfach hier einklappen, falls uns das stört und hier über diesen kleinen Button wieder ausklappen. Außerdem können wir hier auch noch die Mod-Ansicht bearbeiten, können jetzt hier sagen, dass wir Widgets hinzufügen oder entfernen wollen. Also wenn wir zum Beispiel diese Auto-Mod-Warteschlange gar nicht haben wollen, können wir die auch komplett entfernen. Wir können das dunkle Design zu einem hellen Design verändern und können hier über dieses Zeichen Neues erfahren, was in diesem Mod-Tool neu gemacht wurde und auch Feedback schreiben oder durchlesen. Des Weiteren, falls ihr mal nicht wisst, wie ihr etwas macht, könnt ihr ganz einfach in diesen Chat ein Slash eingeben und sehen jetzt hier alle möglichen Befehle, die wir als Moderator ebenfalls ausführen können. Wir können zum Beispiel sagen, okay, Slash Clear, um dann einmal den Chat komplett zu clearen oder halt alle möglichen anderen Sachen. Auch hier über Slash Prediction könnt ihr eine Kanalwitte oder eine Vorhersage erstellen oder verwalten. Was außerdem vielleicht noch sinnvoll ist, ist zum Beispiel den Titel anzupassen. Das könnt ihr auch über einen Command-Ausrufezeichen Set Title machen. Einfacher geht es über dieses Mod-Tool, wo ihr hier einfach den Titel seht, dann auf diesen Stift klickt und hier könnt ihr dann einmal komplett die Stream-Info ändern. Ihr könnt ihr neuen Titel einschreiben, eine neue Kategorie, neue Tags und auch die Sprache anpassen, wenn ihr das wollt. Klickt dann hier einfach auf Fertig und schon ist der Stream-Titel aktualisiert. Das war es auch schon mit dem Video. Einmal im Schnelldurchlauf erklärt, wie dieses Mod-Tool funktioniert. Eigentlich recht einfach. Ihr könnt darüber den Titel ändern, die Kanalpunkte verteilen, Vorhersagen verwalten und bestimmen. Falls ihr Fragen habt zu anderen Sachen, die man über dieses Mod-Tool machen könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo hier auf meinem Kanal, wenn euch das Video gefällt und schaut mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Da sind wir dreimal die Woche live und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.